Morgen. So, mal gucken was hier so los ist. Hört sich so an, als hat die Kellerleitung verstopft. So, jetzt ist es auch ein bisschen ruhiger, gleich mal hier spülen. So, dann wird der Bahnsteig wieder verstopft sein. So, dann fangen wir mal an. So, dann geht's. Zeit den Wasserhahn auszumachen. Wir haben die Toilette abgebaut, eine kleine Kugendüse vorne dran, mal gucken wie weit wir kommen. So, dann machen wir die Büchse. 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 So, dann gehen wir die Büchse. Musik 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 Okay, das ist ja gut. Ein bisschen weiter spülen, ein bisschen weiter reiben und langsam rausziehen. Schon erlebe ich. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. So, alles sauber. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.